Und seit Verlassen des Ortes Lauterbrunnen geht es eigentlich immer sehr, sehr steil hier im Wald auf schattigen Wanderwegen bergauf. Auf 40 Minuten Wanderzeit nach Mürren von Winteregg aus verteilen sich nur etwa ca. 50 Höhenmeter, also fast flach hier entlang der Bahnstrecke. Geil, geil. Richtig geil hier so direkt an der Kante zu stehen, wo die Basejumper sich in die Tiefe stürzen mit ihrem Wingsuit. Mehr als 600 Meter hier geht es da in die Tiefe. Schon so ein kleiner Adrenalinschub wenigstens. Jede Menge Gleitschirmflieger, die sich hier um mich herum befinden. »K attempten« »Karsik- »Karsik« »Karsik« Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Und dann da unten. Wenn man hier umdreht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und hier sieht man. Bis zum nächsten Mal. Und hier. Hier der Blick. Richtung Richtung. Bis zum nächsten Mal. 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 wanderzeit nach mürren von wintereck aus verteilen sich nur etwa circa 50 höhenmeter also fast flach entlang der bahnstrecke man riecht ja auch immer so den geruch der schwellen wenn die sich so aufheizen in der wärme hat es einen ganz speziellen geruch aber richtig toll ja nur ein paar flugzeuge die man als mal hört und das zirpen der grillen herrlich hier diese bergwander welt und jetzt hier wieder die parallel verlaufende bahnstrecke von der krutschalp über wintereck nach mürren gerade eben ist wieder ein zug durchgefahren aber die können ja hier auch nur sehr langsam fahren immer wieder zahlreiche ausflügler wanderer die hier unterwegs sind auf dieser strecke weil hier hat man auch kaum höhenmeter der weg verläuft hier relativ eben und sehr gut begehbar also man ist hier eigentlich selten alleine nur jetzt gerade in diesem moment aber ich denke es wird nicht lang dauern da werde ich wieder ein paar leuten begegnen ist ja eben auch sehr beliebt hier das berner oberland bei den touristen im winter zum skifahren snowboarden und so weiter und im sommer halt ja die natur erleben wandern vielleicht klettern nordic walken einfach hier herrlich diese ecke da kommt man immer wieder gerne her also ich zumindest hier auch noch so eine schöne kleine schutzhütte ursprünglich 1857 erbaut 1994 erneuert ja ist doch auch gut wenn es mal regnet oder ein bisschen schutz suchen vorm gewitter direkt hier am weg nach mürren in das autofreie bergdorf ist glaube ich auch der höchstgelegene ort der autofrei ist im berner oberland mit seinen 1634 metern höhe am bahnhof und jetzt sind es noch gut 15 minuten bis ich dort bin in mürren und jetzt sind wir hier 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 um hier 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 Ja und jetzt bin ich hier im autofreien Bergdorf Mürren angekommen, den man unschwer erkennen kann. Jede Menge Touristen hier in der Nähe des Bahnhofs, wo die Bergbahn herführt. Ja und da drüben beim Sportchalet beginnt dann der Klettersteig. Da geht es durch so einen dunklen Stollen, durch so einen kleinen Tunnel hindurch auf der Rückseite des Tennisplatzes und dann führt der Klettersteig etwa 300 Meter bergab. So, jetzt wird es hier richtig duster in diesem Stollen. Das ist auch gleichzeitig der Beginn, der Einstieg zum Klettersteig von Mürren nach Gimmelwald. Jetzt geht es hier gleich wieder links ums Eck rum an der Mauer entlang vom Tennisplatz. Und dann kann das Abenteuer wieder beginnen für mich um die Mittagszeit. Wenn man die ganzen Wanderkilometer jetzt zusammenzählt, bin ich kurz vor Kilometer 8. 7,9 habe ich etwa, weil ich noch in einen kleinen Abstecher gemacht habe, vorhin zu der Absprungstelle High Ultimate, auch unterhalb von Mürren gelegen. Aber die Springer dürfen da erst ab 14 Uhr ran. Ist von 9 bis 14 Uhr gesperrt, wie ich gelesen habe. So, die Kamera habe ich jetzt mal wieder eingeschaltet. Ich erreiche jetzt dann bald die Absprungbasis für die Basejumper, den Exit Point. Aber da wird natürlich um diese Zeit jetzt auch kein Basejumper springen. Und wir haben es erst zwischen 12 und 13 Uhr. Und dann kommt eigentlich so die äußerst exponierte Stelle direkt an der Felswand, unmittelbar nach dem Exit Point, wo es dann wirklich hinterm Arsch 500, 600 Meter senkrecht in die Tiefe geht. Und da Richtung Stechelberg. Also da gibt es dann kein Halten mehr. Da braucht man echt eine starke Psyche. Muss absolut schwindelfrei sein. Darf mit Höhe überhaupt kein Problem haben. Und natürlich auch trittsicher ohne Ende. Da geht es erst richtig schön steil runter. Ich habe gerade noch drei indische Männer überholt. So jüngere Männer, die waren da auch auf dem Klettersteig zugange. Okay. da kommt sie schon die via ferrata an der via ferrata und dann wird es richtig lustig für mich senkrecht an der felswand zu hängen und Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Richtig geil hier so direkt an der Kante zu stehen, wo die Basejumper sich in die Tiefe stürzen, hier im Winsuit. Mehr als 600 Meter hier geht es da in die Tiefe. Untertitelung. BR 2018 So, jetzt geht es mal richtig steil hier an der Felswand. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Immer wieder geil, wenn man hier so senkrecht an der Wand steht, auf diesen Eisenbügeln. Schon so ein kleiner Adrenalinschub wenigstens. Jede Menge Gleitschirmflieger, die sich hier um mich herum befinden. Jetzt gucken wir uns jetzt. Und jetzt machen wir uns jetzt. Das ist gut. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Das war's ja schon. Das war's schon wieder geschafft. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Gerade weil's hier natürlich auch überwiegend nur bergab geht hier auf diesem Klettersteig nach Gimmelwald. Heute habe ich echt wieder bestes Wetter erwischt für diese Tour. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da geht es noch einige Leitern nach unten. 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 Da geht es noch einige Leitern. Aber ansonsten ist der Klettersteig hier wirklich perfekt eingeteilt. Alle paar Meter irgendwo dritte Stifte, Seil überall da wo es sein soll. Man muss da nicht so viel Kraft aufwenden wie bei anderen Klettersteigen, wo man da bergauf vielleicht noch manchmal aus eigener Kraft arbeiten muss. Das ist leicht überhängend am Fels. So abdrängende Stellen. Das gibt es hier dann schon mal gar nicht. Wenn dann nur bergab und da geht es natürlich dann easy. jetzt nur ein einzelner Bügel hier auf diesem Fels. Das reicht aber auch aus. Da geht es noch. 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 Und so sieht man ja immer wieder einzelne Gehpassagen zwischen den Drahtseilbrücken, den Leitern und etwa in gefährlichen, schwierigeren Passagen. Also immer wieder ein paar feine Wanderwege. Da geht es noch mal wieder. So. Okay. So. 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 . So. 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 D� 소 Theo. D Heinação. They are. They are. That's right. They are. They are. Yes. So. So. We're first. Is this a goddamn race. Who will or not be our people everybody like. Why are we still with no limit? Okay. 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 Richtig schön schattig hier. Angenehm. Jetzt wo die Mittagshitze sich hier verbreitet, ist man doch froh. Wir haben so ein paar schattige Abschnitte durch den kleinen Wald hier. Okay. So. Okay. So. Okay. So. 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 Jetzt kommt glaube ich die zweite kürzere Drei-Seil-Brücke, wie man so einen kleinen Wasserfall führt, recht unbedeutend. Na, da vorne sehe ich es schon, und dann geht es schon in großen Schritten Richtung Nepal Bridge, 80 meters long, 80 Meter Gesamtlänge, schön, muss ich mal nicht warten, da kann ich direkt rüber marschieren. Und dann zue ich noch, die Kürze, die Kürze, die Kürze. Und dann geht es noch ein wenig. Und dann geht es noch, ein wenig. Und dann geht es noch, was wir? Wir haben noch ein wenig. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 , So, dann setze ich mich mal wieder ins Auto und fahre die restlichen, ja, was sind es, 150 Kilometer wieder nach Hause. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.